Wie alt ist das Opfer? Ende 30 laut Rechtsmedizin. Tut mir leid, wo waren wir? Sind die Angehörigen benachrichtigt? Sind die Angehörigen benachrichtigt? Nicht identifiziert. Eine Unbekannte. Eine Unbekannte. Was sind das für Fotos? Bei der Arbeit gestorben. Allein. Allein. Spears. Sie war ganz allein. Vielleicht hat sie ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Sagt mir doch jemand was?